Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal CheeplawFool und hier geht es um alles, was wir mit den Händen machen, häkeln, stricken, spinnen, kochen und backen. Sei du mit dabei, abonniere kostenlos meinen Kanal und hab viel Spaß bei mir. Jetzt geht's los. Ihr konntet in der Geburtstagswoche am Mittwoch diese wunderschöne Wolle gewinnen. Das ist die Wolle von der diesjährigen Herbst- und Winterkollektion von den verschiedensten Anbietern. Es haben einige mitgemacht, da freue ich mich auch drauf. Hier habe ich das alles drin. Ich mach mal schön schütteln. Es gibt drei Gewinner. So, Gewinner 1. Ach, ich habe schon gleich zwei. Na, das ist ja super. Jutta, Songen, du hast gewonnen. Du hast geschrieben, dir ist es egal, welche Wolle. Ich sag jetzt mal, du bekommst die Kunderbunde. Beatrix Cooper. Du hast auch nicht geschrieben, welche dir gefällt. Ich sag jetzt einfach mal, du bekommst diese. Und jetzt haben wir noch die mit den grünen und braun Tönen. Ich mach nochmal. Und ich habe noch eine Gabi-Klubber. Die Nummer weiß ich nicht, ob ich sie mit hinzeigen soll. Du bekommst diese Wolle. Allein Gewinnern, viel Spaß mit der Wolle. Unten in der Infobox hinterlasse ich meine Gmail-Adresse. Bitte schreibt mir eure Adressen. Und wer nicht gewonnen hat, ich werde noch einmal eine Auslosung machen. Lasst euch überraschen. Am Donnerstag haben wir ja mein Tuch gehegelt. Mein Geburtstagstuch für euch. Nee, gestrickt war das sogar. Es hatte drei Muster und ein Zwischenmuster, was du machen konntest. Du konntest dich aber auch für einen der drei Muster entscheiden. Und ich habe mit so einem gestrickt. Und jetzt hast du das auch gewonnen. Es haben, ich muss hier ein bisschen mal wackeln, vier Leute mitgemacht. Ich gucke jetzt weg, mal sehen. Und gewonnen hat, oh, nochmal Beatrix Cooper. Ja, schön, super, freue mich. Und du kannst dir jetzt das für das Tuch verwenden oder ein Strick deiner Wahl oder auch ein Häkeltuch. Das geht nämlich für alles. Wer nicht gewonnen hat, ist nicht schlimm. Ich mache ja immer mal Auslosung und dann kannst du vielleicht auch gewinnen. So, gleich geht es weiter. Am Freitag haben wir das Tuch Sonnenuntergang einen weiteren Teil gehegelt. Und da der Borbel, den ich mir da bestellt hatte, bei der Wicklerin meines Vertrauens meine eigene Kreation war für dieses Tuch, möchte ich jetzt auch für drei praktisch ihre eigene Kreation, was sie sich wünschen. Die Farben gebe ich meiner Wicklerin des Vertrauens und die wickelt dann für euch ein. Wunderschön Bobbel mit 1200 Meter, drei Fettig. Und ich habe wieder hier alles drin. Es haben hier auch mehr mitgemacht. Es können ja auch drei gewinnen. Und ich sage mal, ich nehme mal das hier. Oh, die Ute. Die mag Lila. Sie wird dann einen Lila-Bäubel zugeschickt bekommen. Wir haben jetzt hier noch mehrere. Angela Kuster, die mag auch Lila. Hat auch ein Bobbel ihre Wahl gewonnen. Und Jutta Songen. Sie mag Blau und Bärentöne. Auch du hast jetzt ein Bobbel deiner Wahl gewonnen. Ich übergebe die praktisch meiner Wicklerin des Vertrauens. Das heißt, für euch drei wird es ein bisschen dauern, bis der dann zu euch kommt. Ihr könnt aber unten schon mal in der Infobox lesen und mir bitte eure Adresse zukommen lassen. So. Und allen, die nicht gewonnen haben, wünsche ich trotzdem einen schönen Tag. Und ich mache ja immer mal Verlosungen. Nehmt einfach das nächste Mal teil. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüssi, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.